Willkommen zurück zu SFS. Willkommen zu einem Update-Video. Mehr oder weniger, naja, jedenfalls gestern, habt ihr ja vielleicht schon gesehen, sind einige Update-Bilder herausgekommen. Seit elf Monaten herrschte Funkstille. Gestern wurde sie endlich gebrochen. Fast ein ganzes Jahr. Und die wollen wir uns anschauen, die Bilder. Und ich werde ein bisschen viel darüber plappern. Jedenfalls habe ich mir auch noch einige andere Bilder herausgesucht, die davor noch entstanden sind. Und zwar die ersten Bilder, die wir uns anschauen werden, sind vom Oktober letzten Jahres. Also schon ein halbes Jahr her. Und das erste Bild, was wir hier haben, sind Triebwerke. Und zwar einige Triebwerke. Wir haben hier erstmal das Hawk-Triebwerk. Das ganz normale Falkentriebwerk. 120 Tonnen, ISB-240. Das ist halt einfach nur für den Vergleich mit den anderen Triebwerken. Und das ist im Vergleich zu den anderen relativ klein. Die Triebwerke werden jetzt deutlich größer, die wir bekommen werden. Nochmal, das ist ein halbes Jahr her. Also sie können sich viel verändert haben. Jedenfalls haben wir hier als allererstes VAC-3. Also ein Vakuum-Triebwerk. Das hat eine Schubkraft von 140 Tonnen. ISB-275. Hat also mehr Schub. Ist deutlich effizienter. Ist ja ein Vakuum-Triebwerk. Das Falkentriebwerk ist ja mehr für die unteren Atmosphärenschichten geeignet. Aber es ist gigantisch groß. Wie breit ist es? 2, 4, 6, 7. Sieben Felder breit. Sehr merkwürdig. Und 2, 4, 6, 8. 10, 11. 10, 11 Felder hoch. Also riesig. Wirklich riesig, das Triebwerk. Warum es sieben Felder breit ist, weiß ich nicht genau. Ich habe angenommen, dass es eigentlich eine gerade Zahl wäre. Wahrscheinlich ändern die das noch, dass es entweder eins breiter wird oder eins schmaler. Mit sieben Feldern ist es sehr merkwürdig, damit zu arbeiten. Also das haben wir auf jeden Fall hier. Was wir anmerken müssen, die sind sehr viel komplizierter als die bisherigen Triebwerke. Die eine Seite von mir sagt, ey cool, richtig viele Details in den Triebwerken drin. Die andere Seite sagt, man, ich bin alt. Wir hatten Triebwerke, die vielleicht aus 7, 8 einzelnen Stücken im Modell bestehen. Und jetzt sind da irgendwie 50.000 Ringe dran und Rillen und Kabel und Rohre, die überall hinführen. Und ich denke mir so, wo ist das kleine, simple Spiel geblieben, das wir mal hatten? Jetzt ist einfach so ein gigantisches Monstrum voller Details. Ja, auf jeden Fall finde ich schön, dass so hinzugefügt wird. Also das sind ja bisher nur Konzepte, wer weiß, ob die dann wirklich hinzugefügt werden. Aber hier haben wir auf jeden Fall ein Vakuum-Triebwerk. Man kann jetzt darüber diskutieren, welchem Triebwerk das am nächsten schaut. Ich kenne mich mit Triebwerken nicht genug aus. Wenn ich vielleicht irgendwas finde, dann blende ich das einfach mal ein. Aber ansonsten, keine Ahnung. Da haben wir ein doppelstrahliges Triebwerk. Das hat zwei Triebwerksgondeln und halt eben dann diese eine große Platte. Da sind die dran geschraubt. Ja, das sieht für mich vielleicht wie so ein bisschen von den Soyuz-Raketen die Triebwerke aus. Aber die haben halt vier Gondeln und nicht zwei. Deshalb kann es da eine gewisse Unterscheidung geben. Vielleicht ist es auch ein anderes Triebwerk. Ich kenne mich halt nicht genug aus. Also es hat 290 Tonnen, mehr als das Doppelte, als von davor. Es ist etwas weniger effizient. Es ist fast auf demselben Level wie das Falkentriebwerk. Und es ist auch gigantisch. Nicht ganz so groß wie zuvor. Aber diesmal haben wir hier 2, 4, 6, 8 Felder breit. Also ziemlich dick. Und 2, 4, 6, 8, 9 Felder hoch. Es ist also immer noch so ziemlich das größte Triebwerk, was wir im Spiel hätten. Das wäre größer als das Titan-Triebwerk. Es hat nicht ganz so viel Schub, hat aber eine deutlich höhere Effizienz. Das Titan-Triebwerk genauso wie das Falkentriebwerk haben ja 240. Das mit 255 ist da schon ein bisschen besser. Da haben wir Single 2. 160 Tonnen, 255. Ja, es ist deutlich weniger Schub. Die Triebwerksgondeln sehen ziemlich ähnlich aus. Muss ich schon zugeben. Aber das an der Seite da angebaut ist da noch ein bisschen extra. Es ist 4, Schrägstrich 5 Felder breit. Ja, wenn man 2 davon nebeneinander packt, könnte es klappen. Aber wenn man ein anderes Triebwerk nehmen würde, dann könnte es ein bisschen eng werden. Müsste man nochmal schauen. Und es ist 2, 4, 6, 7 Felder hoch. Also immer noch ein riesengroßes Triebwerk, was wir hier haben. Falls ihr euch wundert, woran kann ich die Größe abmessen? Diese großen Quadrate sind jeweils 2 Felder. Ja, wir haben ja hier das Falkenträgwerk drüben. Das ist 2 große Quadrate breit. Das sind dann eben eigentlich 4 kleine Quadrate, 4 Felder breit. Und dementsprechend ist dieses Single 2-Trägwerk auch 4 Felder breit, beziehungsweise 5. Haben wir Double 1? Das erkenne ich tatsächlich. Das soll von einer Titan-2-Rakete sein, die zum einen für die US-Raumfahrtbehörde NASA oder NACA, wie es früher hieß, genutzt wurde. Und natürlich auch zum Tragen von Nuklearwaffen. Ja, jedenfalls, das erkenne ich ziemlich deutlich, ist auch ein zweistrahliges Triebwerk. 165 Tonnen Schub, also im Grunde genauso wie zuvor. Die Effizienz ist bei fast allen von denen identisch, also da hat sich nichts verändert. Das ist 2, 4, 6 Felder breit und 2, 4, 6 Felder hoch, also ziemlich quadratisch. Sieht auch ganz in Ordnung aus, oder? Ja, sieht ganz gut aus. Hier haben wir eins, das wahrscheinlich noch nicht ganz texturiert wurde. Engine Titan 3, also ein Titan-3-Trägwerk, Fragezeichen. Es sieht auf jeden Fall ziemlich ähnlich zu dem Titan-Trägwerk aus, was wir bisher haben. 500 Tonnen Schub wäre damit das leistungsfähigste Triebwerk, was wir bisher haben. ISP-225 wäre das ineffizienteste Triebwerk, was wir bisher haben. Ist also schon ein ganz schöner Schlucker. Und ich glaube, das hier ist das F1-Trägwerk von der Saturn V. Das ist nämlich auch gigantisch groß. Nämlich hier sind es 2, 4, 6, 8 Felder breit und 2, 4, 6, 8, 10, 11 Felder hoch. Also auch wirklich massiv, ja, einfach gigantisch groß. Und das hat hier irgendwie ein Abgasventil an der Seite dran. Also es ist wahrscheinlich nicht 8 Felder breit, sondern 9. Ich weiß nicht, ob man da 2 von denen nebeneinander packen kann. Wahrscheinlich, wenn man die umdreht, quasi so, dass diese Abgasventile nach außen zeigen, dann klappt das auf jeden Fall. Nach innen könnte ein bisschen schwierig werden, ja. Zur selben Zeit, also ein paar Minuten später, haben wir das Ganze nochmal ohne die Quadrate bekommen. Ist halt genau das selbe Bild. Minus die Quadrate ist jetzt nichts Besonderes. Ich werde nicht nochmal über die ganzen Triebwerke sprechen. Einige Zeit später, ähm, haben wir dann diese Bilder hier bekommen. Und die sind wunderschön, muss ich sagen. Das ist ein Welleins-Triebwerk, ja, kennt ihr. Und, ähm, die Gondel, die Triebwerksgondel leuchtet rot, ja, von der Hitze. Und unten aus der Öffnung schimmert es weiß und blau heraus. Und die, ähm, ja, Abgase, quasi die Verbrennungsgase, treten dann nach unten hin aus. Sieht wunderschön aus, muss ich sagen, ja. Wir haben ja bisher nur diese Texturen, die so ein bisschen hin und her flackern, ja. Wie so eine Kerze so ein bisschen. Und das sieht natürlich schon ziemlich cool aus. Ähm, mit dazu haben wir gleich noch ein weiteres Bild bekommen. Nämlich vom Falkentriebwerk. Und das scheint so ein bisschen an die Realität anzunähern. Und zwar auf der linken Seite haben wir ein normales Triebwerk. Quasi so sollte ein Triebwerk optimal funktionieren. Die Verbrennungsgase sollten gerade runter rausgehen. Ähm, damit schiebt es die Rakete gerade nach oben. Und so ist es, ähm, so ist ein Triebwerk quasi an dem effizientesten Ort. Auf der rechten Seite haben wir das entweder über- oder unterexpandiert. Ich verwechsel die andauernd. Jedenfalls, wenn diese Gase so weit nach außen gehen, ähm, verringert das die Effizienz vom Triebwerk, ja. Also wenn man sich das so vorstellt, die Gase gehen nach rechts aus, dann gehen sie nicht nach oben raus. Und dann schiebt es das Triebwerk nach rechts und nach links, aber nicht mehr gerade nach oben. Also verliert das Triebwerk an der Effizienz. Darum gibt es von vielen Triebwerken einmal für das Seelevel, also für normal 0 eine Variante, und fürs Vakuum des Weltalls. Und die Vakuum-Triebwerke haben dann eine deutlich größere Gondel, damit die quasi die Form von den Verbrennungsgasen gerade machen können. Ja, damit sie ein bisschen weiter gerade nach unten gehen, damit die Triebwerkseffizienz damit erhöht wird. Aber sie wiegt natürlich auch mehr, und, ähm, wahrscheinlich ist das nicht ganz so gut, wenn man Nutzlast ins All bringen möchte. Dementsprechend ist das dann, ja, weniger vorteilhaft. Kommen wir jetzt zu den Bildern, die wir gestern bekommen haben. Und zwar schauen wir uns einfach zuerst mal die Triebwerke an. Natürlich, wir haben bisher die ganze Zeit Triebwerke angeschaut. Ähm, hier sind leider keine Gitter dahinter. Aber das dritte Triebwerk sieht ziemlich ähnlich aus zu einem von denen, was wir vorhin schon hatten, nämlich Vakuum 3, also Vak 3. Ich nehme mal an, dass es etwa dieselbe Größe, vielleicht ist es auch noch größer. Ähm, ja, weiß ich nicht genau. Sehen auf jeden Fall richtig cool aus. Also hier ist die Qualität auch deutlich besser als zu den Triebwerken, die wir eben hatten. Ähm, sie sehen halt einfach richtig genial aus, ja. Also rechts vermute ich mal ist auch so ein gigantisch großes Vakuum-Triebwerk, das einfach eine gigantische Gonde hat, um richtig effizient zum Weltall zu sein. Hat aber natürlich eine sehr hohe Masse. In der Mitte haben wir dann, ja, weiß nicht, also es könnte auch ein Vakuum-Triebwerk sein. Ähm, es sieht auf jeden Fall genial aus, sagen wir es so. Das ist auch vielleicht so sechs Felder breit und dann irgendwie, keine Ahnung, acht Felder lang, zehn Felder lang. Groß, sagen wir es so, es ist groß. Und links haben wir dann ein ziemlich kleines Triebwerk und ich muss sagen, das sieht vielleicht so aus wie beim Service-Modul von der Saturn V, ja, wie das Triebwerk dort. Ähm, aber ich bin mir halt nicht sicher. Wenn ihr die genauen Raketen-Triebwerksnummern und Namen kennt, dann schreibt sie mal unten in die Kommentare. Ähm, ich kenne mich da nicht besonders gut aus. Damit kommen wir jetzt hier zu den, äh, zum zweiten Bild von gestern. Und zwar den Sardinenbüchsen, wie ich sie nenne. Ähm, die Wohnmodule, Forschungsmodule und Lagermodule für Raumstationen. Wir gehen mal von links nach rechts vor. Wir haben hier ein Modul, das ist irgendwie, äh, zwei, vier, sechs, wieder sieben Felder. Also, naja, so sechseinhalb plus noch einhalb. Sagen wir es sind sieben Felder. Es ist sieben Felder breit. Ähm, es ist nicht ganz mit der Mitte vom, ähm, Baufeld angeordnet. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, ja. Also, ich weiß nicht, warum. Ich würde das einfach mit einer geraden Breite machen. Ähm, ja, müssen wir mal schauen. An sich ist ja immer noch nur ein Konzept. Das ändert sich ganz bestimmt. Von der Höhe her haben wir zwei, vier, sechs, acht. Acht Felder ist das Ganze groß. Und sieben Felder breit ist praktisch quadratisch, könnte man sagen, ja. Ja, vom Design her, ja, es ist ein simples Modul. Ich meine, wenn man sich die ISS anschaut, die ist jetzt auch kein Kunstwerk in irgendeiner Form. Die einzelnen Module sind halt wirklich einfach nur irgendwelche Getränkedosen, die dann auf zwei Meter Durchmesser gebracht wurden oder so. Ja, also an sich, wenn ich einige davon habe in meiner Raumstation, dann sieht das, denke ich mal, ganz gut aus. In der Mitte haben wir ein recht kurzes Modul. Ähm, das ist dann so eine zusammengequetschte Getränkedose. Das ist zwei, vier, sechs Felder hoch und zwei, vier, sechs, acht. Ja, etwa acht Felder breit, so wieder halb und halb, rechts und links. Ähm, ja, ist also etwa ein bisschen, bisschen breiter als das davor. Aber die Andockstellen, also da, wo man wahrscheinlich dann noch andere Teile hoffentlich anbauen kann, die Andocklücken zum Beispiel, ähm, die sehen alle etwa gleich breit aus. Die sollten also aneinander gesteckt werden können. Und, ähm, ja, ich finde es auch ganz in Ordnung. Ich meine, es hat sich jetzt nicht großartig zu dem anderen verändert. Wir haben halt hier diese struktuellen Kreuze, die da in der Mitte sind, um das vielleicht ein bisschen zu verstärken. Große Unterschiede sind da nicht. Und dann haben wir hier das große Modul. Das ist, ähm, zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf? Zwölf Felder? Ja, so ungefähr zwölf Felder. Ähm, ja, und von der Breite her. Zwei, vier, sechs, acht, neun? Neun Felder. So ungefähr neun Felder. Sagen wir neun Felder, wieder halb und halb links, rechts, egal. Ähm, das ist dann das größte Modul, was wir haben. Und es sieht so aus wie die zweite Sardinwüchse. Ja, also da ist kein wirklich großer Unterschied. Die wurden halt einfach zweimal übereinander gesteckt. Die Texturen ein bisschen hin und her geschoben für diese Felder da. Und dann haben wir halt so ein Modul. Natürlich, ich würde die gerne haben, ja. Und dann baue ich ne gigantische Raumstation damit. Und dann haben wir hier ein Forschungsmodul und dann ein Lagermodul, Wohnmodul und keine Ahnung, was für Module man alle gebrauchen kann. Jedenfalls, damit hätten wir diese drei Dosen abgehakt. Und zu guter Letzt haben wir eine Aussichtsplattform. Die wurden nicht auf dem offiziellen Kanal, wo man quasi, wo Neuigkeiten verbreitet werden, sondern im normalen Chat quasi gesendet, auch von Steph. Und zwar sieht das ziemlich ähnlich zur Cupula aus. Also die Cupula ist eine Aussichtsplattform auf der ISS und das sieht dem sehr, sehr ähnlich. Ja, wir haben irgendwie Fenster, mit denen man sich dann die Erde anschauen kann oder ans All schauen kann. Und dann sind an der Seite halt diese Luken, die man verschließen kann, damit das Glas nicht beschädigt wird. Ja. Und dann wäre es das so ziemlich alles. Ich habe auch genug geplabbert jetzt, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich aufs Update. Ich hoffe, ihr freut euch auch aufs Update. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob es euch freut. Ansonsten, das ist mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen.